hey hallo und herzlich willkommen zu einem neuen fifa mobile video auf meinem kanal hier ist wieder euer stürmi ja das ist mein erstes video 2019 ich hoffe ihr kommt alle ins neue jahr gut rein ich kam auf jeden fall gut rein dass ich so inaktiv bin im moment liegt daran dass ich kurz vor einem umzug bin und deshalb nicht so viel zeit habe ich versuche aber trotzdem ein paar videos hochzuladen ja also letztes jahr haben wir noch die 1000 abonnenten erreicht und jetzt kann ich auch den community community tab bei mir benutzen ja ihr wisst ja warum ich was das ist wenn ich schreibt es mal oder dieses video falls ihr das nicht wisst am sonntag glaube ich kam das neue event raus hier team of the year ich habe schon zwei durchgänge gemacht hier warum habe ich jetzt null punkte das verstehe ich jetzt auch nicht ach so ja stimmt jetzt bin ich ganz verwirrt ist schon richtig so da holen wir uns jetzt noch ich glaube zwölf punkte gibt es oder sowas hier holen wir uns jetzt ach nein das hier so ätzend ich war auch bei fifa mobile ziemlich inaktiv ups ein tor verpasst ich müsste aber nochmal alles müssen noch packen jawoll machen wir es doch ich denke mal ihr wart alle fleißig im fifa mobile so wie ich euch kenne ihr sucht dies so das gibt drei punkte drei toti punkte so hier kann man zwei schüsse duell das ist eigentlich auch ganz easy im nächsten video gibt es mal wieder facecam heute hatte ich irgendwie keine lust drauf ich hoffe ihr versteht das so einfach hier drauf schießen zack das war das erste ich glaube dreimal müssen wir das machen und zack ups was war das denn so und rein damit na was war das also schon wieder daneben hat er gesoffen ich bin zwar der stimme und ringe gerne ein aber also leider ist noch mal ist doch easy geht doch ich hätte schon gedacht hier oh da hat gehalten und dann nochmal gehalten einmal und jetzt muss aber rein jawoll geht doch das war es schon und tägliche quest event fan sehr schön können wir da auch noch packs öffnen gleich wunderbar habt ihr schon spieler davon gezogen jetzt machen wir noch schnell werbung ich muss aber schnell den ton ausmachen hier oder pikachu pikapika wer von euch ist dann hier pikachu fern oder pokémon fern so zack 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 wähle einen fahrt ja ich glaube da gibt es nur ein oder so machen wir mal jetzt stürmer punkte genau stimme punkte einmal ich glaube ich muss erstmal gut sammeln hier oder ich glaube schon aber wird das alle acht stunden hier eine andere position geben oder wie habe ich das verstanden weil jetzt sind es ja stürmer punkte und da gibt es ja noch mittelfeld und abwehr so so zack zack noch zweimal und noch einmal und zack können wir mal schauen wie die punkte ich jetzt habe hier an stürmer ich habe 180 natürlich das reicht noch nicht mal höchstens hier für diese für die 200.000 münzen ich glaube das machen wir mal erst und dann sparen wir auf das nächste wenn es überhaupt noch geht so für den nächsten brauchen wir 300.000 300 toti punkte das heißt ich muss noch 270 punkte nehmen oder hier cavani 600 alter 800 christian ronaldo 2500 alles klar ja so ich denke mal das wäre ein bisschen zu kurz das video deshalb machen wir noch schnell teamhelden so machen wir das noch schnell ziele und figuren mal schauen beim laden mal schneller hier so machen wir erstmal die mitte einmal dann machen wir hier gibt das was nein gibt das was nein auf minu dann holen wir hier die mitte noch einmal noch drei versuche und bitte jawohl geht doch sehr schön also hier habe ich auch noch nicht so viele punkte ich glaube ich kann es euch gleich zeigen hier 11 11 wappen von real madrid 5 wappen von man city niabel 5 und paris 7 also das war richtig inaktiv in letzter zeit ich hatte aber irgendwie auch kein lös gehabt ich weiß gar nicht wie man das so lange suchten kann also manchmal habe ich echt kann keine lust hier bogen hashtag bogen wie ach das war hier aber kein bogen wie gamer josh stahl mal sagt ja bogen jawohl 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 so josh da mache ich das hier gut zack schöner bogen ich hoffe du guckst mein video herfroschster weil er hat ja gejammert gestern im live stream ich werde zu inaktiv aber er streamt einmal in der woche normalerweise 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 streamt er glaube ich nur samt sacks so schon wieder das hier oh er hat gehalten katze im tor wahrscheinlich bam geht doch so schauen wir mal was wir noch für wappen kriegen in den bonus dingbums hier so da öffnen wir mal da unten das wappen bonus und schauen was wir für wappen noch bekommen und wir haben einmal man city und einmal neapel und einmal real sehr gut ich glaube wir brauchen 20 oder so ja 20 stück also da muss ich noch ein bisschen spielen hier so team of the week ja da habe ich nur ein spieler bis jetzt da brauche ich noch sechs von den todipunkten oder wie die heißen so ich denke mal wir machen nochmal versus angriff ihr seht schon hier ich habe kann und nix mal an also keine packs mehr anklicken weil ich nicht mehr gespielt habe so ich hoffe ich blamiere mich jetzt nicht hier kappa so das ist mein team das ist der gegner 89 und 10 kein chemie müsste ich ja normalerweise packen aber so wie ich mich immer schwer tue hier mit der ja das war jetzt meine katze falls ihr sie gehört habt so wäre ich beinah dran vorbei und hätte könnten die ins tor schieben ach werden hier geblockt so ecke ball ecke ball ist ja immer gift doch nicht 1 1 sehr schön oh der war zu steil das war nix hier was mache ich tolle chance 2 1 für mich ja ich weiß ihr macht immer was weiß ich 30 tore oder sowas ups in die hände geschossen in die hände 4 1 sehr schön sehr schön sehr schön spielen wir hier zurück in den rücken und zack 5 2 5 3 oh er holt noch auf naja 6 3 ich glaube das wars und ich schieße einfach drauf 1 ok ich hab gewonnen 6 zu 3 einwandfrei gibt nochmal 7.000 fans wunderbar und zack und ich denke mal das wars mit dieser Folge oder wir können glaube ich noch was öffnen soviel ich weiß so hier das können wir schon mal freischalten na gibt nochmal 5000 punkte in 4 stunden ah hier bei den quests können wir noch schnell was öffnen zack uh tagesboni auch noch das ist auch gut zack zack 20 games nochmal 2500 münzen 2 totw punkte und 10 ligapunkte und usurio was soll ich mit so einem ja das war es mit dem ersten video hier 2019 ich hoffe euch hat es gefallen beim nächsten mal gibt es wieder facecam und gebt ordentlich Däumchen nach oben für die dieses video ich hoffe euch hat es gefallen bis zum nächsten mal und ciao